Hi Leute, hallo Tanzfittis, schön wie geht's euch? Heute machen wir ein neues Eis und zwar Nektarin-Bananeneis. Die Bananen sind wieder für damit das selig ist. Und dazu kommt eine Nussmischung mit Kokosflocken und Zimt. Den Rührstab. Wir müssen aber so an, dass wir erst die Früchte mixen und dann hinterher die Zodaflante reintun. Wir müssen jetzt die Früchte mixen. Wir müssen noch ein paar. All right. Ich muss noch etwas herbeitun. Ich muss noch etwas herbeitun. Jetzt die Anzutaten. Ich muss noch etwas herbeitun. 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 Ich muss noch etwas herbeitun.